In der Altstadt, in der Altstadt... Habe mal! Ich lauf schnell nach Hose und hol meinen Duschkasten. Oh ja! Und dann zaubern wir! Und große Pinsel brauchen wir auch noch. Kommt gar nicht in Frage. Heute haben wir was ganz anders vor. Schnell abhauen! Aber was ist denn nun los? Seht ihr nicht das Riesenmonster da drüben? Kommt, wir verstecken uns schnell. Aber... Schau mal, Willi, wie er zitterst. Hast du denn noch nie einen Riesen gesehen? Ein Riesen? Das ist ja schrecklich. Brauchst keine Angst zu haben. Ich hab doch auch keine und bin viel kleiner als du. Und der beißt doch wirklich... Wie kommt der denn in unsere Stadt? Er wohnt hier. Wie wohnt ich? Das ist ja furchtbar. Hier in dieser Stadt gibt es Riesen. Da gibt es jede Menge. Da steht ein Riesel bei uns nebenan. Dem siegt man an, was er so kann. Zum Frühstück frisst er Koks und Schrott. Dann kaut er laut, stark und sehr flott. Und abends spuckt er rohe aus. Die sehen wie Riesen-Makaroni aus. F-A-B-R-I-K Er hat drei Hörner, dick und lang. Und wenn er brüllt, dann wird hier bach. Er knurrt und hustet und faucht. Und stinken kann er auch. Könnt ihr mir sagen, wer das ist? Der Schrott und Koks am Morgen fließt. Der uns die Riesen-Makaroni gibt. F-A-B-R-I-K Na klar, das ist die Fabrik. Na klar, das ist die Fabrik. Na klar, ich bin die Rohrfabrik. F-A-B-R-I-K